Dann starten wir den Part. Können wir auch jetzt schon machen. So Freunde, weiter geht's. Ich seh noch hier zum Pitti auf Hülfurt. Weg zur Mine. Erstmal noch ein paar Sachen holen, dann geht's los. Ihr wolltet ja immer, dass ich mit Samtex unterwegs bin. Und nach Dias suche oder sonstiges. Er hat gemeint, er baut alles ab, was Steine betrifft. Wenn ich Dias finde, darf ich das abbauen mit der Glücksspitzecke. Ja, es wäre auch cool, wenn du zum Beispiel Eisen so was mit deiner abbauen kannst, weil... Ich habe Bock, dass meine Glücksspitzecke kaputt geht. Ich benutze jetzt meine Mega-Hacke, zum einfach Steine wegkloppen. Ich werde mir gleich noch ein bisschen Essen mitnehmen. Ja, aber ich habe keinen Bock, meine Glücksspitzecke für so Schwachsinn. Ach, das ist eine Dias-Hacke? So für Eisen kannst du auch eine Glücksspitzecke nehmen. Doppelt und dreifach Eisen rauskriegen, ist auch nicht schlecht. Eine Dias-Hacke hält ewig. Eben, und du nimmst nur mal zwei, drei Dias in der Hand und reparierst die Dias. Aber wenn du dafür zum Beispiel dann drei, vier, fünf Stacks extra an Eisen gekriegt hast, ist es... Ich habe ja noch Haltbar-Kart 3. Weißt du, Dias-Hacke und dann noch Haltbar-Kart 3. Und dann rumheulen. Ja, dann macht das nochmal eben fix. Amos, es steht auch oben. Dauert es lange, bis es kaputt geht, oder was? Was für ein Level hast du denn? Das dauert, ich glaube, es ist ja doppelt so lange, oder so. Was soll ich mal? Ich bin Level 0. Level 0, ja gut, dann kannst du nicht verzaubern. Ich war, warum soll ich es verzaubern? Es hat doch Haltbarkeit, Unglück. Passt doch. Hat schon drauf und er heilt trotzdem rum, dass, wenn er damit irgendwas anderes als Dias abbaut, dass die sofort tot ihm fällt, die Hacke. Dann hält die doch lange. So, Ebene 8 würde ich gerne hingehen. Warte, wir wollen eine Crafting-Box mitnehmen, hast du gesagt? Genau. Noch irgendwas? Nicht, dass wir was vergessen. Aber eine kleine Küste können wir vielleicht mitnehmen. Ja, ein bisschen für Mädchen, Alter, komm. Holz zum Croften. Ich habe Stickies dabei. Oh, kein Holz. Wir wollen uns um ein Haus bauen. Ja, da bist du auf Ebene 14, da würde ich was ausbauen. Da geht es nicht lang, komm her. Ebene 14? Hier lang, wir gehen hier runter. So, jetzt sind wir auf Ebene 9. Hier sind meine Gänge. Aber wenn du hier DS findest, dann eigentlich alles... Ja, wir teilen auf, scheiß drauf. Also hier ist es einfach gerade aus, oder was? Außerdem, ich brauche keine Dinger hinstellen. Sondern ich kann es einfach in der Hand halten, weil es ja wie eine Taschenlampe ist. So, hier ist ja ein großes Kiesbett. Da hast du ja gesagt, dass das Projekt was immer weghaut. Habe ich. Also bis jetzt kam es immer so, dass da auf jeden Fall was ist, wenn es alles weg ist an Kies. Hast du keine Schaufel? Nein. Ich hole dir dabei zu, ist doch kein Thema. Machst du schon mit der Hand ein bisschen Kies wegmachen? Reicht. Na gut, ich mache dir einen Trick hier mit der Ding. Ich wollte jetzt sagen, du kannst die Faktenkommas stellen. Den Trick hast du auch vom Boss, gell? Von Gronkh, oder was? Gronkh hat den Trick von mir. Alter, das ist ein riesiger Kies auf dem Ding. Den hier immer lacht. Du weißt ganz genau, das stimmt. Jetzt letztens noch bei mir bedankt für die ganzen Tipps, ne? Ja. Ich find's echt cool, dass du Pitbull mit dem TrioTV oder Milton da reinnimmst. Durch seine Tipps für Minecraft bin ich ja so groß geworden. Würde ihn gerne selbst unterstützen, aber ich kann einfach nicht. Ich feier sein, dann kommentierst du hier nicht. Genau. Hier ist was, hier ist was, hier ist was. Ah, hier ist Kohle, damit mach ich aber nicht ab. Kannst du klicken. Wisst du, hab ich doch gesagt, man findet auf jeden Fall was, wenn man so einen Kies scheiße kaputt macht. Erstens, wir brauchen Kies. Zweitens, findet man da auf jeden Fall was. Ja, Kohle brauchst du wirklich nicht, deine Hacke, wenn du dir hierfür nehmst. Aber Eisen oder Dias, das wär schon ganz cool, oder Smarte. Also ich hab da Glück 3, ne, Glück 2 und Haltbarkeit 3. Ich habe Haltbarkeit 3, Glück 2 und Effizienz 4. Und ich benutze die zum einfach Steine wegklappen und du holst wegen deiner rum. Was, wenn wir in Lava fallen, gell, dann töte ich dich. Aber wir fallen nicht in Lava, das passt schon. Wie gesagt, du geistig behindert, wir rennen so durch die Mine und werden dann. Bin ich auf Ebene 8? Wir sind auf 8, ja. Du hast doch die Karte unten, oder nicht? Ja, und hier war das Kiesbett, dann buddeln wir uns hier so weiter. Dann sind wir wieder in der gerade Linie. So, wie schnell das geht. Ja, Kohle willst du nicht abbauen, du hast. Bamm, bamm, scheine Kohle. Auf Level. Ah, da baue ich jetzt halt ab. Lapsis, Luli hast du gefunden? Lapsis, Luli hast du gefunden. Bau ich aber nicht, kannst du alles haben. Ich sag Luli. Ich möchte nur bei Dias und Eisenhälfte, Hälfte. Ja, ja, klar. Gold, Redstone, Lapislaz, so den ganzen Scheißkanz haben. Die ist in Gang von mir gewesen. Warum benutzt du jetzt meine Mine, um Dias zu finden? Weil du ganz genau weißt, dass bei mir Party abgeht, gell? Ne, das nicht, einfach nur, weil es jetzt bequem ist, da den Einstieg zu nutzen. Wir hätten auch irgendwo anders uns jetzt erstmal Ewigkeiten runterbullen können, aber so können wir ja schon mal den Part wesentlich interessanter, für die Leute gestalten, die einfach wirklich schnell schon unten sind. Aber du fandst die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt, so ein Ding zu bauen, oder? Verkehrt finde ich es nicht. Das Problem ist einfach nur bei meiner Methode, so wie jetzt zum Beispiel. Ich brudel mich ja Ewigkeiten hier gerade aus. Da hast du irgendwann einfach deine Möglichkeiten ausgeschöpft, wenn du einen festen Einstieg hast, weißt du? Dann hast du dich irgendwann einfach in alle Richtungen 100 Mal reingebohrt und dann bringt dir der feste Einstieg auch nichts mehr, weil dann ist er auf der Ebene einfach nichts mehr zu holen. Diasen hole ich auch mal eben hier weg. Hier ist nochmal das blaue Zeug. Es kann mehr Erfahrungspunkte geben, würde ich es stehen lassen. Ja, aber darunter kann sich auch ein Diamantblock verstecken, weißt du? Deswegen hau ich die ja weg. Ja. Denn wir haben schon ganz schön viele Diamanten gefunden. Da willst du gucken. Ich will nicht wissen, an wie vielen wir jetzt schon vorbeigelaufen sind. Ja. Kann aber echt passieren, gell? Das passiert schnell. Aber du, ganz ehrlich, wenn man jetzt zum Beispiel lang genug hier gerade ausgebuddelt hat, Bei dir ist es dunkel jetzt, gell? Ja. Du musst dir später mal den Mod drauf machen, den ich drauf habe, dass du es als Taschen lang benutzen kannst. Du musst dir mal eine Fackel in der Hand haben und keine Arke picken. Ja, aber wenn ich eine in der Hand habe, dann ist es bei dir auch hell. Ja. Oh, Pitbull steckt fest. Warum sind die Mädels so leise? Was machen die? Down. Nein. Nein. Tschinny's Lieblingstext bauen. Ach, kacke. Ja, wir sind ja nicht so wie ihr. Immer mit Schill. Sollst du dich hier freilegen oder lassen? Hm? Beziehungsweise ein Tretchen. Oh, alter. Herzinfarkt. Wurden hier unten was weg und schämen. Fakt hier vor die Nase. Ich bin da da. Junk, Laber, alles da. Du bist tot, du stehst unten. Mit der Hacke. Ich könnte nicht mehr. Zum Glück wirst du vor mir. Hab ich keine Schaufel? Siehst du, Pitbull ist unverbreitet. Ah, Gold. Bauen wir ab, bitte. Oder soll ich das mit meinem Ding da abbauen? Ja, mach du nicht mal. Ich mache mir den Sand weiter. Bastel dir auch mal eben schnell eine Schaufel zusammen. Auch wenn es nur eine Steinschaufel ist, weißt du? Ich habe, mein Glückding ist kaputt. Ich kriege immer eine Sache da raus. Ist kaputt gegangen, das Glücksding. Du bist kaputt. Nee, oh, scheiß. Vorhin, ich hatte drei Diamantblöcke. Ich habe meine Glücksspitzhack rausgeholt und dann hatte ich drei Diamanten danach gelernt. Beim ersten Mal hat es geklappt. Da hatte ich das Doppelte rausbekommen. Und jetzt immer einzeln. Das ist ja auch nicht immer. Ja, abfuck. Richtig abfuck. Ich weiß nicht, war da nur ein Goldblock. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass es nur ein Goldblock ist. Ich hätte da sind Diamanten. Wir laufen einfach weiter. Irgendwer hier wieder frei? Wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob du auch der Meinung bist, dass man da was findet. Ich wurde mich eigentlich an dieser geradeaus, aber ich möchte mich an deine Erfahrungen gefunden halten. Kannst du mal gucken, ob du was findest? Ja, das ist ein Beinkampf. Nee, wenn wir jetzt was finden, dann... Mach mal eben schon eine Schaufel, bitte. Ich hab doch keine Stickies, nix. Ich hab Stickies. Das ist nicht so, ich soll jetzt extra eine Craplingbox mitnehmen. Ja, hab ich, aber... Ja, dann gib mal Stickies her. Und ein Stück Eisen oder so, wenn du was hast. Ich hab kein Stück Eisen, du kannst einfach Steinschaufel machen. Ja, dann mach ich zwei Dinger kaputt und dann ist alles am Arsch. Hast du mir gegeben? Okay. Ich hab einfach zwei Steinschaufeln, fertig. Problem gelöst. Ich krieg mal schon mal Kohle. Ich hab jetzt nicht hier Highlight hoch 10, aber es ist zumindest etwas. Ich will sie jetzt feiern, wenn wir hier die was finden. Weil dann geht diese Methode echt auf, dass sich da was versteckt. Sieht aber nicht so aus, gell? Nur Kohle haben wir gefunden. Ja, aber was das hinter der Kohle noch ist. Hinter der Kohle kann... Weißt du, wie oft ich meine Diamanten hinter Kohle und sowas gefunden hab? Ich hör auf jeden Fall Monster, hier ist irgendwo eine Höhle. Und Lava höre ich. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, hier ist Lava auf meiner linken Seite irgendwo. Stell dir vor, wir sterben beide und unsere Hacken sind kaputt. Ich glaub, dann ist die... Dann ist, glaub ich, der Monatpause ganz angenehm. Ich hab grad Dias, aber es ist ein Lapislazu. Der Lapislazu ist echt assi gemacht von den Leuten. Ich krieg jetzt mal einen Herzeninfarkt. Oh, blaue Steine. So, wo gehen wir weiter? Sieht richtig scheiße aus hier. Aua. Also du buddest dich einfach immer grad raus. Scheißegal, wo du grad bist oder so. Ja. Habst du den Besten dabei? Äh, nein, hab ich vergessen. Ich hab nur gesagt, ich hab nur den Betten für den. Ich hab eins vergessen. Ich dachte, ich soll Eisen mit Ding abbauen. Ich hab doch auch eine Dürfschock. Das stimmt ja auch, du kannst das auch abbauen. Und Eisen teilen wir, oder was? Genau, Eisen und Dias teilen wir. Den Rest kannst du von mir was alles haben. Ja, Eisen und Dias ist eigentlich das Wichtigste, glaub ich. Du hast jetzt echt nichts dabei. Ich hab ein Bett vergessen, ja. Tut mir leid. Aber es ist dunkel. Jetzt nicht mehr. Ausnahme. Ausnahmsweise. Ja, wichtige Ausnahme. Aber mit mir, wenn du mit mir unterwegs bist, dann dauert es viel länger, Dias zu finden, gell? Ja. Ich fräge Unglück. Hab ich nicht gesagt, was hast du gesagt. Das wirkt der Glücksspitzhacke entgegen. Weil du von Natur aus Glück minus 10 drauf hast. Fui. Lava? Lava? Da hinten. Okay. Vielleicht können wir ein bisschen umherum bauen, hier ist bestimmt was. Dias sind doch auch in Richtung Lava. Und da haben wir nach wie vor ständig Dias sind. Dias sind hinter Erde, Dias sind bei Kohle, Dias sind bei Lava. Da müsste ich schon eine Milliarde Dias haben, nach dem Prinzip. Das ist auf jeden Fall schon mal Redstone. Helfon. Wir haben schon halb elf. Ja. Ja, komm, lassen wir das mit der Erde sein. Pity, pity, pity. Eine Grundregel. Ich baue keine Blöcke über deinem Kopf weg und du keine über meinen Kopf, okay? Weil wenn dann da was drin ist, kriege ich das erst mit, wenn es fake. Und das ist das Problem. Das ist so, komm, weiter. Ich muss sagen, erstmal hier scheiß. Einer runter. Jetzt sehen die Leute mal live, wie du Dias farms. Hier, mach ich, was, warte mal kurz, das mach ich jetzt. Du kannst ruhig weitermachen. Was denn? Pitbull hat hier so'n... ...seine Schnüffelnase hat angeschlagen hier. Hier ist irgendwas, 100%. 100%! Ich komm gleich mit Dias raus. Und jetzt, jetzt lässt er, jetzt macht er den Sand da in Ruhe fertig und ich find erst mit Dias. Ja, Mann. Wo er erst noch so zehn Blöcke Abstand zu mir hat. So, der enttäuscht mich nicht. Vorfühleffekt, gell? Aber deine Höhle ist echt tot, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast ja mittlerweile schon, wir sind mittlerweile schon irgendwo mitten in einem Schneegebiet, ne? Ja, wir sind Schneegebiet, das hat nichts mehr mit meiner Höhle zu tun. Du bist ja in eine Höhle reingegangen. Ich weiß, aber meine Höhle hat das System dahinten. Ich hab ja schon einige Diamanten gefunden. Komm, der enttäuscht mich nicht. Dias, kommt schon. Wuppala. Wuppala, 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 Wuppala. Hast du da was Böses entdeckt? Ja, da kam Lava runter und ich konnte nur rückwärts laufen, aber da gerade, als ich rückwärts gelaufen war, vorher ein bisschen runtergebuddelt. Und auf einmal springe ich rückwärts vor der Lava weg und stehe unter der Lava, so gesehen, und die fließt weiter. Das war schon gerade ein Tenner-Herzen-Faktor-Moment. So, in solchen Momenten wie jetzt suche ich mir dann eine andere Richtung, Pitbull. Wo bist du? Alter, du warst gekommen. Ne, hier geht gar nichts, ja. Hallo? So. Ähm. Geht gar nichts. Ja, warte mal hier. Ich höre Fledermäuse. Wer hat denn die Boxen so laut von euch? Nicht. Ich höre mich manchmal selber, das ist Fakt schon. Ich auch. Müssen die Mädels mal lernen. Ich spiele mit Kopfhörern. Ja. Komische Scheiße. Wie ist es dann? Der Slenderman, oder? Der Slenderman. Vielleicht. Ich glaube, der Niebren hat schon kreiert Angst, wenn er jemals mit mir zu gucken. Das ist bestimmt Henrik. Siehst du, hier habe ich Gravel weggemacht, direkt reisen. Ach wie, ich wieder wieder schluss aus dem Game. Leck mich aber an. Bessere Werbung von meinem Kanal als diesen Part kann es gar nicht geben. Und ich meine, die sind jetzt die ganze Zeit, Mr. Subtix hat die eingeblendet. Hier ist Kohle. Braucht kein Schwein. Mann, ich habe keinen Bock Gravel abzubauen, aber ich weiß ganz genau, da ist bestimmt was. Du hast eine beschissene Spülnase. Wie ist kaputt? Was bist du für ein Hund, ey? Bude. Da muss ja gar kein Retschland mehr ein. Moment, das ist voll. Schon wieder lag ich es dazu. Alter. Kohle, 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 weggeprüfen. Ich lag es dazu. Ich habe Bock auf dir. Ja. Wenn wir hier schon einmal rumlaufen sind. Wenn wir so viel Dias reinkriegen, dass ich meine scheiß Picke wieder reparieren kann. Dias, Dias! Ja? Mhm. Das ist cool. Ich gucke und ich habe Ding abgebaut. Gut. Dann machen wir mal kaputtieren. Ich? Eins. Wie viel hast du bekommen? Ich habe vier auf meiner Hand. Gut. Du? Wie siehst du, meine Glückssache funktionieren. Ich habe nur zwei kaputtgehauen. Wie viel hast du bekommen? Auch vier? Meine Detail ist voll. Ich habe gar keine eingesammelt. Achso. Außer es war nur zwei Blöcke. Wäre ein bisschen krass, wenn da sechs Stück rausgekommen wären. Oder acht oder so. Hoppala Lava. Nice. Vier Dias. Das hat sich schon mal gelohnt. Du kriegst davon einen, so wie ausgemacht. Mhm. Natürlich. Meine Glückssache ist... Siehst du, das hat jetzt geklappt mit dem Erde abbauen. Klappt wahrscheinlich nicht immer, aber manchmal. Ja, warte mal. Komm mal kurz her. Wo bist du? Willst du da auch Erde abbauen, oder was? Nee. Ich schmeiße jetzt einfach mal meine Diaschaufel zu. Die ist hinter dir. Ja, man. Das ist eine gute Idee. Und da kannst du immer, wenn wir so Erde finden, das immer weghauen mit der Diaschaufel. Sehr gute Idee. Wenn du nicht festgefährst, dann wirst du schon weiter in den Berg rein. Diese Idee, die dir eingefallen ist, sehr nice. Du hast aber schon viel Eisen, gell? Das kann ein Stack sein, wenn überhaupt. Das ist doch gut. Können wir teilen. So, haha. Jetzt sind wir schon wieder auf den Seitengang von oben angekommen. Hier sind bestimmt die jetzt. Ich finde es so cool, dass man hier... Ey, wir sind in so einem Schneegebiet. Das sollt, dass du dir nicht wundervollst, ne? Ich bin hinter dir. Kein Thema. Und jetzt nimmst du einen Block da weg. Lass sie da aber fließen. Baut es doch lieber mal zu. Dann wird es so dunkel. Oh, das sah gerade so aus, als wäre so der Slender im Endeffekt. Steht nochmal so... Warte, ich mach das mal hier. Warte mal, Samtex. Hier ist nämlich wieder Ding. Ich mach mal kurz hier Erde kaputt. Alles okay, ich muss mir echt schnell was essen. Copy. Wen ich haben Glück, isst hier wieder Diamant. Viel. Wenn ich habe in Pech, dann ich mich blamiert. Du, du hast da natürlich jetzt schon mal ein paar Dias gefunden. Mit dem Trick, gell? Eben. Also ganz unnützig ist das schon mal nicht. Irgendein Abonnent mal gesagt. Hier, da wo Kies ist, baut es komplett ab. Naja, das Ding ist, ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass da Dias sind, ist wahrscheinlich die gleiche wie sonst auch. Aber dadurch, dass du einfach Erde und Kies mit einer Schaufel sehr, sehr schnell wegkriegst, kriegst du einfach in sehr schneller Zeit sehr viel Fläche so gesehen freigerannt. Ich habe mir halt gedacht, das ist so wie so eine Art Hinweis, hier Achtung, hier ist was, buddel dich mal hier durch so, weißt du. Ich glaube so, so was machen, die Spiele machen, hier ist nicht eingebaut. Ich glaube auf jeden Fall ein Kiesfeld oder so, wie es aussieht. Kies ist glaube ich immer gut, der Erde ist... Okay, eben gerade haben wir es bei Erde gefunden. Vier Dias haben wir ja schon mal. Nur zwei für jeden. Hä? Nur zwei für jeden. Ja. Wow, ich habe aber bestimmt locker, um meine Hacke wieder zu reparieren. Ich lasse jetzt so Kieshaufen und sowas einfach stehen, ne? Ja, da bin ich ja zuständig dafür. Genau, ich gehe einfach immer ein bisschen weiter und buddel dann in eine andere Richtung. Das ist die Frage. Ich würde eigentlich schon ganz gerne insgesamt zehn haben, dass jeder fünf hat. Ja. Ich glaube, ich brauche bestimmt wieder fünf Stück, um meine Hacke zu reparieren. War es zumindest eine Nullrechnung gewesen. Wobei mein Schwert vorhin war komplett im Arsch gewesen. Die Hacke hier ist echt nur so ein bisschen angenutzt. Soll ich das Gießdinges hier richtig kaputt machen oder lassen? Du wissen. Also ich würde sagen, wenn du schon mal Diaschoffel rumrennst, könntest du dich auch dafür nutzen, was der zu machen. Wobei irgendwann kommst du mir ja nicht mehr hinterher. Dann findest du nicht wieder. Ich gucke einfach mal. Ich bin mittlerweile schon... Ich habe hier Eisen gefunden direkt. Ich bin mittlerweile schon die eine oder andere Abzweigung gemacht. Okay. Aber keine Angst, keine Kreuzungen, immer nur in eine Richtung abgebogen. Ich baue hier mal ein bisschen weiter ab. Vielleicht ist hier Diamant oder so. Ich bin grad... So, Eisen und Kohle nebeneinander. Warum kein Diamant? Eisen, Kohle, Redstone an einem Punkt. Kein Diamant. Wollt ihr mich... Jetzt kommt noch das blaue Zeug. Wetten? Haben wir alles außer Diamant. Diamant meine ich nicht. Habe dieses Lapps-Dinge ins Küchen. Äh, meine Glückspitzsack ist kaputt. Ich kriege nur noch eine Sache, wenn ich das abbaue. Beschiss... Ernsthaft jetzt? Da kommt immer nur eins raus. Ich habe einen anderen gefunden. Okay. Okay. Pitbull hat so ein Gefühl, dass die, die das sind. Läufst du viel weiter, oder? Samtex? Nee. Wir haben mal grob hier... Wie gesagt, wir möchten jetzt können wir jetzt den Dungeon erkunden gehen. Ach, da sterben wir eher. Nee, zu zweit. Hatte ich nicht vorher zwei Kunden mit meiner Spitzhacke. Aber in den Truhen sind manchmal die erst drin. Selten. Ich bin nur einen kurzen Blick rein gerufen. Ich komme immer ein bisschen nach hinten gelaufen, lieber. Okay, ich komme. Nee, hier hinten kommt eh nichts. Ich gehe jetzt eh in eine andere Richtung, oder? Ich weiß noch nicht, wo du lang gelaufen bist. Ach, da bist du. So, du fällst ganz gerne hier so rein. Aber warst du gerade dabei gewesen, oder? Mhm. Oh, das ist die hier. Überall Sand. Die Mädels sind so ruhig. Sind wir nur zu zweit hier. Ich gehe auch die ganze Zeit. Ein Creeper ist auf meinem Dach. Das macht mich traurig. Was für ein riesen Erdefeld das hier ist, ey. Aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. Am Ende sind hier übelst die Diamanten. Ich bin auf Ebene 9, ich dachte, du spielst hier mal auf 8. Hier oben ist Eisen. Wir müssen, beim nächsten Mal nehmen wir mal TNT mit, damit wir sowas sprengen können. Anstatt Streicher damit zu spielen können, wir das zum... Anstatt Streicher damit zu spielen können wir das sogar richtig nutzen, ne? So, pass auf, ich nehme jetzt meine Glücksspitzhacke, bau damit jetzt einen Block Eisen ab. Und eins fällt runter, aber das ist so ein Scheißdreck. Ist kaputt. Kaputt. Ich glaube, du musst es mit deiner Spitzhacke weiter abbauen. Bei mir kommt immer eins raus. Es hat nur einmal geklappt bei mir, dass da das Doppelte rauskam. Glaube ich zumindest. Hier waren wir doch schon. Das ist also die Kohle, ne? Ich war hier, aber ich habe die Kohle nicht abgebaut. Also das Riesendoch der Linkse nicht gerade reingebautet. Dann gleich wäre da. Okay. Wir haben ganz schön wenig jemanden gefunden. Ja, hier ist auch ziemlich tot. Also ich habe generell die Erfahrung gemacht, dass das in dem Schneegebiet echt... ...ganz mager ist. Am meisten gefunden habe ich bis jetzt hier nicht in... Hier sind XBOMA, bitte. Das hier ab. Ah, ne, warte mal. Eben hatte ich 8 Eisen. Jetzt habe ich 17 Eisen. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, da droppt nur eins. Aber ich hebe mehr auf oder so. Keine Ahnung. Warte mal. Ich hatte 17 Stück. Jetzt hebe ich das auf. Jetzt müsste ich normalerweise 20 haben. 20. Okay, warte nochmal. 21. Hä? Nochmal. Es klappt nur manchmal die Scheiße. Voll hässlich. Ich glaube, das klappt öfter. Du wirst doch den Weg wieder nach Hause finden, gell? Locker. Wir buddeln uns quasi drauf hin. Wir hätten einen Wegpunkt bei mir in der Mine machen müssen, dass wir dann bei meiner Mine wieder rauskommen. Und ganz easy hochkommen. Hier ist Eis... äh, Ding. Cool, der macht das mal komplett kaputt. Ich würde mich auch mit den Tops nicht sehen. Ja. Nein. Bist du gestorben? Nein. Warum nicht? Creeper auf meinem Dach. Hat aber nur drei Blöcke weggerissen. Hat dir Gold gefunden? Jedes Mal, wenn ich Kohle finde, jedes Mal denke ich mir, oh wie geil. Also jetzt findest du Dias. Deine blöde Kackhöhle ist echt verseucht. Eins, zwei, drei, vier Gold müsste ich jetzt normalerweise haben. Ne, ich hab hier vorher noch Gold gehabt. Scheiße. Wo, 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 wo. Diesen Fetter da war sie. Auffassen. Hallo. Hier ist nochmal Kohle. Kohle hab ich nicht so Bock. Du spielst ja mit Lava rum. Ja, hatte ich da Lust zu. Ich hab ja eigentlich in den U-O-O-Baller in der Mier von Lava immer gute Erfahrungen gemacht eigentlich. Mhm. Badezimmer ist riskant, aber ich hab eigentlich immer ganz gut was gefunden. Es steht auch so eine Spitzlage, die abgeht wie ein Zäpfchen, ne? Hm. Oh. Hier ist eiskalt. Schon wieder? Ja. Ich war grad im Badezimmer und hab mir heißes Wasser über die... Okay. ...Pulsadern... ...laufen lassen und... Dein Ernst nicht, ja? Doch, ohne Witz. Ich hab... Mir ist so kalt. Und ich hab schon eine Schließjacke an. Ich hab schon eine Decke. Keine Heizung zu Hause. Hallo? Hallo? Wohin, die im Zelt oder was? Mit dem Zeltentschluss. Ja, genau. Kein Geld für Heizung, aber Highspeed-Internet. Ja, Mann. Nee, ist... Die Heizung ist auch an, aber ich frier trotzdem. Mir ist einfach nur irre kalt. Okay. Ja, dieser Part ist jetzt eh vorbei. Und da können wir mal ganz kurz so... Naja, immerhin zwei Dias. Wir können ja mal abchecken, was wir alles so gefunden haben. Ja, was denn? Ich hab 27 Eisen, 13 Gold, 4 Dias in der Hand. Ich habe... Ähm... Eins der... Äh, 70 Eisen... Und keine Dias. Kein Gold. Dafür noch ein bisschen Kohle, ein bisschen Redstone, ein bisschen Lapislazio, aber den Scheiß schmeiß ich sowieso weg. Kannst mir ja abchecken. Dann teilen wir uns die Dias und die Eisenstückchen. Ja. Aber ich finde, ein paar mehr kalt. Der Bund ist grad voll kacke, so links, rechts und... Hast du nicht gesagt... Ja, weil ich an der Erde vorbei will. Erde dauert in meiner Spitzhacke zehnmal länger als Stein. Wir mussten dann sowieso gleich mal... angucken, was ich Schönes gebaut hab hier. Ich glaub, wir müssen hier erstmal lebendig hier wieder rauskommen. Das soll nicht das Problem sein. Okay. Was war das denn? Ich hab mal auf ein Handy getreten. Ja, so hat sich das doch angehört. Jenny? Hä? Was war das? Weiß nicht, mein Handy hat vibriert, vielleicht hat sie das gehört. Oder das gepupst. Oder mein Handy hat vibriert. Gepupst. Ja. Oh mein Gott. Warum hat mein Handy vibriert, weil meine Mutter mir was auf Facebook gepostet? Fehler meines Lebens. Sie hat dir geschrieben, du sollst nicht pupsen. Wahrscheinlich. Ich hab auch gerade eine Facebook-Nachricht gepostet. Hm. Das ist ja ein bisschen ihre Mama, unsere Digger antwortet. Das weißt du nicht. Heißt du ja nochmal Stefanie, Jenny. Na. Dann. Und Hendrik? Hm... Na. Aber sie hast du schon mal länger überlegt. Hm, vielleicht hieß sie mal, Hendrik. So, der heißt Harry. Selbst im Knast. Ja. In einer Hinsicht hat sich auf jeden Fall belohnt. Ich bin auf jeden Fall schon mal wieder Level 30. Ich bin 4. Ich bin Level 19 und ich baue nur und bin zweimal gestorben. Was tust du eigentlich? Gut aussehen. Ah, letzter Partei. Was? Ich bin fast... Boah, ich bin irgendwo runtergefallen, wenn da Lava gewesen ist. Ich hör uns gerastet. Was? Was ist der Part noch? 32 Minuten, wir müssen jetzt schon zu Ende kommen. Hier ist Lava gerade, gell? Nein. Wir haben keine Dinger gefunden. Verdammt das Scheiß. Wer noch mehr, die das finden? Ich frag mich auch, was hier los ist. Es ist einfach Schneewelt. Ja. Oder mal geradeaus Richtung Schneewelt raus. Das kannst du voll vergessen. Schneewelt geht gar nichts ab. Hier ist Kohle. Ich hab wieder voll in die Schneewelt... Hättest du voll... Wissst mich nicht. Hier in die Richtung weiter, ne? Hier. Warte, ich prob meine... Wo ist meine... Hast du meine Fackel eingesammelt? Können sein. Oh, toll. Einfach gerade weiter. Ja, wir wollen jetzt den Part beenden und dann... Ne, wir müssen eh wieder nach Hause kommen. Wollen wir jetzt nach Hause laufen, oder was? Ja, wenn ihr zu Hause seid, beendet ihr den Part. Okay, dann komm. Nein, du geh nicht nach Hause. Ich will natürlich das finden. Ja, den Part müssen wir nicht beenden. Ja, und können wir in der Hülle rennen. Dann willst du in dem nächsten Part bei dir... Also hier wieder starten, oder was? Ja. Ja, gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.